frage ich überhaupt geht es weiter es fehlt jemand auch mein gott was ist es hier wird gestern muffins gebacken oder vorgestern vorgestern ich komme nach sich die ganze schüssel da ist egal ich habe mir schoko muffins ich liebe ja bleibt das eigentlich mit unserem plan jetzt beziehungsformel 1 oder was meinst du ja klar natürlich muss mal gucken das war relativ früh zeitnah anfangen dann ziemlich direkt im release musst du mir sagen wann ja ich muss gucken wir ja auch nächste woche meine schicht ist am 13 habe ich das spiel ich auch ich hoffe dass es dann passt weil ich war am 15 fahr ich weg früh das heißt ja auch letztens in der gruppe gesagt weil irgendwie wollen letztes auch meint dass sie auch in der zeit weg ist dass du auch nicht da bin ich fahre am 14 früh irgendwann also ich muss am 60 fahr ich bin ich bei meiner mutter ungefähr das heißt spätestens um 10 11 uhr bin ich hier raus und komme wieder wenn alles gut läuft am 26 oder vielleicht auch 27 also auf jeden fall fallen zwei sonntage weg und zwar der 18 oder 25 ist das schon mal jetzt dazu also müssen wir jetzt gucken dass ein bisschen an folgen vor produziert sind samstag wenn ich hoffe dass die samstag keine arbeiter habe dann können wir sonst sagt und soll doch nix woche wir haben wir haben auf ich glaube ich habe irgendwie als zombies haben die auch manchmal auch also müssen wir gucken ich war dann auf jeden fall ein bisschen vorbissen produzieren ja gut die letzten vier wochen die taten extrem weh dass wir dann nicht aus vielen gründen nicht nicht machen konnten ich war der 2 ein grund wenn ich das vielleicht vielleicht dass ich das gerade mach mal ganz raus ja jetzt ist weg das war nämlich jetzt gerade genau das was deine leute zurück gemeldet haben so jetzt besser jetzt ist wieder jetzt wieder ok ok ich hab mal kurz um die stelle so ein neuer ausgericht aber jetzt gerade war genau das was du von meines was deine zuschauer die gemeldet haben das klang nämlich so als wenn man durch den russischen punkt sprechen das war nicht was meine zuschauer geschrieben das ist das letzte woche in der party bei unserem formel 1 nachbesprechung kommuniziert worden jetzt geht es wieder ein bisschen besser was sollst du gerade sagen irgendwie irgendwas ist gerade noch kommuniziert wurde gesagt wird also ja markus wie gesagt das bleibt auf jeden fall das eine das bleibt mit uns je nachdem wie die schicht aussieht sollte das funktionieren ich hoffe es zumindest also wie bist du wie arbeitest du über nächste woche ich habe jetzt die woche spät dann ist gut dann spät ok mehr früher ich hoffe dass es nicht allzu spät wird wenn ich pech habe und erst teilweise wirklich erst 19 feierabend da bin ich vor 20 uhr nicht zu hause oder das kann nämlich auch passieren dass der mir sagt mein chef mich anruft unterwegs der kannst du nicht noch länger fahren da bin ich wahrscheinlich erst eine halbe stunde später noch mal zu hause das kann alles passieren der samstag jetzt zum beispiel den habe ich zwei tage vorher erfahren deswegen war ich in dem moment ein bisschen genervt aber wie gesagt es ist dann einfach das ist das spiel rauskommt richtig ja ich weiß es noch nicht ich erfahre dass irgendwann im laufe der nächsten woche ja ich wollte nur sagen weil ich habe nicht nur drei tage das ist das gute aber am 15 bin ich weg vor der arbeit wirst du nicht mehr so für die früchte das warst du nicht vor der arbeit zu spielen ich habe war 15 habe ich genug zu tun mit dem auto packen und alles drum und dran da will ich nicht zocken können ich da stehe ich im 3 auf und gehen 5 los ja wenn ich wenn ich früh schicht habe geht man wecker wie morgen früh zum beispiel kurz auf 4 ich muss um 6 kurz auf 6 glaube ich verfahren fährt der erste bus das heißt wobei ich morgen gott sei dank die die unterbrechung von fünf stunden wir haben jetzt in die eine hülle unten ein bett gestellt für den fall dass mal alleine ein bisschen in der höhle spielen wir da ist definitiv privatsphäre naja aber schwein brennen kann doch fallen wie laut du bist es gibt menschen die sind extrem leise laut also wie gesagt das liegt nicht das liegt an demjenigen ja unsere nachbarn die hörst du ja oder ja ja wenn wir auf der karte gucken und der abend zugange ist das erste dann immer so ähnlich ja nicht so hoch ja ich weiß nicht mehr für sie sind gut egal also wer für mich alles gut ich mache nachher noch mal eine nudel aber die kann ich auch mal beim formel 1 gucken kann ich hier auch essen also der hunde ist tatsächlich nicht viel eisenerz da schatz das war die seeseite also da muss ja da wo jetzt gerade die beiden steine wo das fast noch ist wo die zwei steine davor liegen ist auf jeden fall wasser ja also wenn du praktisch weiter runter gehst um praktischen monsters bonner was man da unten ist zu suchen da kommt auch wasser das überflutet ja das haben wir gerade gemerkt und wir haben sich überflutet ja du bist aber da drinnen obwohl wir eine idee hoch das wasser aber steigt die war so die haben wir noch nicht erkundet die ist noch nicht erkundet worden die höhle ist einfach so da ja gut jetzt alternative was ich zum beispiel noch hätte werden mikrofon falls das jetzt auch ausfallen würde ich habe so ein stand mikro noch theoretisch aber da darfst du uns dann über den fernseher laufen dass ich euch quasi zur not über den fernseher laufen lasse ja damit habe ich zum beispiel auch die dorn aufgenommen das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht wir haben müssen das noch einmal zähne machen vielleicht ist es so viel ist es nicht mehr übrigens wenn ich mal das geld übrig habe dann kann man auch mal dieses andere da machen das hast du da vorgeschlagen ach so ich glaube ich die gekauft wenn ich die gekauft dass wenn ich die vision gekauft habe brauchst du es nicht brauchst du nur die kostenlose version dann brauchst du es dann brauchst du nicht kaufen so wenig wie püssen weg du musst quasi gefängte aus dem gefängnis und kommen und raus und alles und dran und dran und unsere höhle ich muss das als gekaufte version habe oder habe ich die gekostet habe ich die gekostet kostenlos hat baby für so ein bisschen vorsichtig da könnte sein dass der wasser rauskommt gerade gräbt aber wie gesagt markus erstmal mal das formel 1 ding das ist erstmal das erst die erste prio nächste woche ich hoffe dass der story mode zum beispiel den sie da reingehauen haben dass der auch online verfügbar ist quasi der kopfkarriere und drin ist das ist nur singe schade naja egal also die kopfkarriere wird schon möglich ist dann machen wir das so ja baby weg von unserer höhle das ist es mal unser loch ich muss halt nur wissen wann damit ich das lenkrad vorkommen das war das meintest du mit wagen ist da wird ja uhrzeit ja wir fangen direkt am 13 mann 13 und 14 da müssen wir gucken ich muss auf jeden fall mal gucken dass ich die woche noch meine 20er karriere zu ende kriege komplett das sind noch zwei rennen wir haben jetzt den elften 18 ja dann wird das genau aber das noch später starten erst 23 24 25 aber ich werde ja so machen wieder wie immer mit dem freitags training samstag quali und sonntag rennen so würde ich das bei dir auch hochladen dann war es ziemlich zeitgleich oder warst du wieder live stream du machst weiß ich noch nicht er macht das vielleicht sogar zu spät ist sehr cool dass du mich zeitgleich hätten schöner dem alpha taurie da freue ich mich auch schon drauf das muss strecken jeder konnte wieder wasser baby hat gerade extrem schwer geatmet also baby da wenn wir uns da irgendwo feucht wird dann bitte nicht weiter graben ich höre schon rechtzeitig auf ein bisschen schwer geatmet deswegen diese aussage gerade zwar nur ein bisschen zweideutig ja aber da denke ich immer zweideutig markus bist du schon so fertig dass du direkt mitgeben musst kein kommentar der auch sich erst mal die zigarette danach die ganze lang krebs weil hier kommt überall war noch nicht so wollen wir mal nacht überspringen ja abmal ins bett habe ich mit dir los ja geht schon jetzt schon kein bock mehr dem ist das schon zu viel ich bin so weit weg wir haben wir sind in der höhe haben wenn es doch über einen wohnen nehmen sie doch wett mit weil ich ressourcen brauche und bei uns nicht auf der links gibt ja aber dann nimmt doch irgendwas mit oder so oder rede mit uns ich nehme nicht mein bett mit egal aber dann rede mit uns nicht was wissen über jeden mal ins bett und wollen überspringen du bist ganz anders wir wissen es nicht ich bin noch raus wo ist das problem eigentlich ich bin noch nicht So. Wir haben schon wieder Eindermann besucht. Guten Tag. Heine Pfot in der Luft. Ahem. Ahem. damit muss man das weg gucken beim endermann hallo was macht ihr alle bei uns in der höhle ja hallo sucht eine andere höhle eigene höhle wo ein endermann einer männer sonst geklaut wir haben genug glaube ich ja steine amal am start sieh 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 doch Untertitelung. BR 2018 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 Der hinten ist ja wohl wieder. Da kann man nicht mehr abziehen, aber... Mhm. Phif! Jo, F? Ja? Komm mal nach unten in die Höhle. Geh mal nach unten in die Höhle. Gehen! Nicht fallen! wenn ihr dann meinen namen irgendwo sehen keine ahnung da müssen wir irgendwas kann er das angeln am ding ist holt aber fische im inventar richtig okay okay ich hab keine machen ja wir müssen gucken jetzt was machen wir uns aus der ersten organisiert bekommen irgendwo dahinten tochternahme auf einer enrico ist dass der vorne irgendwo stehen noch machte doch hast du dich irgendwie was das ist gar nichts das ist ja fast wieder voll aber es knurrt bei dir es hat gerade auf meinem richtigen ohr geknurrt wo seid ihr denn immer noch bei mir im haus gerade du hast übrigens wieder eine beere an dem strauch also kannst du quasi voll auffüllen jetzt gehen wir runter in die höhle ich glaube ich weiß nicht was weg ist wir kommen runter jetzt erscheinen reicht und jetzt puff genau jetzt hast du irgendwas irgendwas vor das ist gleich irgendwo in den stein und da kommt fassel rein und wir trinken alle spiel ist vorbei jetzt war es schon richtig wo bist du denn hin keine ahnung zu dir andere richtung andere richtung an der richtung an der richtung an der richtung an der richtung ist das problem wenn ich übersetzen muss weiter weiter dann macht auch mal und nicht immer nur ich weiß aber nicht was du gerade wo genau lang hier treffend am bett und einfach und einfach hier runter da kommt ein langer gang da habe ich was frei gelegt ich glaube es könnte erze ja der hat ja wie arzt freigelegt also vermutet er zumindest es kann sein ich bin mir gerade nicht sicher ich kenne die ganzen farben das sind eisenerze die du da hattest aber ich habe doch etwas zu suchen ja doch doch was da eine ahnung irgendwie ist da noch was hast du gesagt als die marcos bei dir ja ich dachte ganz am ende kommen noch mal irgendwie linke seite da ist auch was drin da ist doch was wo wir stehen ja da unten drunter ist irgendwie noch was also ihr könnt auf jeden fall da abbauen wieder damit drüber bauen klasse dinks überbauen ja wo die nachdem ich weiß nicht wo das bahn ist da aber der atmet jemand wieder ganz schwer mein atemgerät ist ausgefallen warte mal gerade kurz bitte ich will nur ganz kurz die folge noch mal wenden